Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Ach so, ja. Na gut, okay. Gut, dann mal ran ans Werk. Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein. Und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Wir werden sehen. Das ist ja heavy. Also ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt so verurkst ist. Muss ich gestehen. Aber offenbar hat es den halt auch irgendwie verwirrt. Sagen wir mal ehrlich, der ist in der übelst verstrahlten Gegend. Dass der nicht verstrahlt ist, hätte mich auch sehr gewundert. Jetzt hast du ein Problem. Todesfall. Na, klasse. Was hast du noch so drauf? Ja, ich hab dich auch gern hier, bitteschön. Nein, das ist nicht dein Ernst. Du hast mich jetzt nicht hier reingeschubst. Sowas Bekackertes. Bekackert. Bekackert. Das nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. So. Das ist wirklich groß nicht. Okay. Wie gebe ich sonst die IT? Ich überlege gerade, was man noch schlaues machen könnte. Hä? Aber eigentlich ist es wirklich nicht schlecht. Museum der Hexerei. Ah. Ah, ah. Ich möchte hier nochmal nach, ähm... Nach kurz für... Good Neighbor. Good Neighbor. Aber ich vergesse. Das ist so ein cooler Name für eine Nacht beschafft. Good Neighbor. Ich sag immer sonst was. Aber gut, naja, warum fällt mir nie ein? Oh, guck mal. Hier kannst du voll in den Apple. Oh, da kannst du auch voll reingucken. Oh, nee. Lauf. Das ist schon geringfügig cool, ne? Da bist du noch extrem tödlich. Das Ding hätte ich gerne. Das ist mein aktuelles. Das macht nicht so viel Schaden. Wahrnehmen gibt an, wie er aus der Gesamkeit kann. Ich durfte eine Trefferchance im Batz. Also ich hab ja... Good Neighbor. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht nid- und nagelfest ist, kommt hier durch. Komm, du bist nur am Stinken. Hey. Ich glaub, Whitechapel Charlie hat irgendeinen Job, falls du Arbeit suchst. Er ist im Third Rail. Okay, im Third Rail. Hast du ein Problem? Mir geht's voll gut. Ich suche euren Schatzi, Schnecki. Hey. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Liebhaber und ein Kämpfer. Verstehst du, was ist los? Hancock. Ich bin ganz ohr. Ich möchte dich mitnehmen, bitte. Aber du willst auch nicht. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merk dir das. Ich hab grad überlegt, was wir noch so machen können. Kannst bestimmt 10 Nebenquests machen. Ach, und hör auf. Gut. Aber die Hauptquests möchte ich momentan eigentlich noch ein bisschen rauszögern, weil das jetzt so eigentlich das ist, was dann doch ziemlich... Ne? Ne? Ah ja. Dann Reese spricht mit Preston. Unterstützt die Erkundungstil der Bruderschaft. Super Silvester. Bei ihren aktuellen... Ja, das klingt eigentlich nach einem Plan, oder? Mal gucken. Wo ist das denn überhaupt eigentlich? Wo müssen wir denn dafür hin? Das ist hier unten irgendwie... Ne, Quatsch. Das ist... Hä? Unterstützt die Erkundungstil? Alter, wenn die jetzt wieder auf mich schießen, dann kacke ich aber im Kreis. Ich weiß nicht, warum Dennis die angegriffen hat. Kein Plan. Schön, hallo, ist das doch seine Leute, oder nicht? Oder verstehe ich da was falsch? Mössen doch seine Leute sein. Theoretisch, oder nicht? Oder? Nicht bestimmt. Ist doch die Typisierung. Der einzelne Bruderschaft und so. Ja. Äh, jo. Genau. Also, Bruder, Schaft. Dann müssen wir uns zu den Käpt'n. Diese Quest mit diesem Käpt'n. Mit diesem komischen Schiff da. Mitten in der Stadt. Und da würde ich... Das glaube ich mache ich... Nachdem hier... Nachdem ich dem Typen gesagt habe, jo, dein komischer Haus quer da ist. Aufgeräumt. Weil ich sage, die Frau mir dann auch, wo ich hin muss. Das wäre auch klasse. Obwohl, ich glaube, das kommt dann zufällig oder so. I don't know. Ich weiß nicht. Dann gehen wir mal zu dem Käpt'n da auf dieses komische Schiff. Klingt doch nach einem akzeptablen Plan, oh. Ja. Ich denke, das ist das... Damit kann man auch arbeiten. Ich lebe lange... Na gut, ja. Ich gehe ja ins große Gebiet. Ich gehe... Es ist schon verständlich, dass es ein bisschen dauer ist, bis das reingeladen hat. Aber vielleicht hätte ich mir wenigstens mal irgendein Modell hinpacken können. Hätte ich ein bisschen rumspielen können. Das hätte ich klasse gefunden. Aber nein. Das kriegt die Kitty nicht. Und dann kriegt die Kitty das nicht. Ja, keiner weiß. Ist halt so, ne? Toll. Jetzt lad doch mal rein, ich weiß, woher ich bin. Ähm, na. Für viele Bewohner, wenn das jede Gegend aufstaucht, heißt das ja mehrere Level über dir und schwer im Kampf zu besiegen. In solchen Fällen ist es schlau, wegzulaufen und später wieder zu kommen, wenn du sterben bist. Jetzt zeigst du mir was. Das ist ja super nett. Das ist eine Werkstätte, da hat jemand ganz schön rumgeschniggelt. Auf den Mods, die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Ach komm, Raketwerfer kannst du auch bäm, bäm, bäm. Klar. Javelin und so. Genau, ganz flott. Guten Tag, ich bin da. Bitte nicht schießen. Danke. Sehr freundlich. Das ist jetzt wieder. Hör auf. Da siehst du mal kurz den Sonnenschein und es ist schon wieder schwarz. Hm. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So. Ja, hervon zu. Ja, misst du. Bestätige. Wirklich? Vielleicht hast du doch mehr drauf, als ich dachte. Hier, das bekommst du noch. Solange es die Bruderschaft gibt, haben diese Monster keine Chance. Wenn du auf eine weitere Mission willst, sag es mir. Jederzeit. Bin bereit. Gute Antwort. Hier sind Einzelheiten zum Ort der Säuberung. Erfüll die Mission. Dann melde dich zurück. Das wird sich bei Gelegenheit durch alles tun. Äh, Fräulein. Eigentlich bin ich sogar ein bisschen neidisch, dass du nach dieser verlorenen Technologie suchen darfst. Für die Bruderschaft, Ruinen zu durchstöbern, war schon immer mein Traum. Gelehrte. Ich bin so gespannt, womit du zurückkommst. Das Gebiet schien mir vielversprechend. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, aber sehr freundlich, dass du es erwähnst. Ich gehe da mal wieder. Haut da rein. Warte, gehen wir jetzt zu diesem lustigen Schiff. Das interessiert mich doch sehr. Wirklich sehr. Obwohl, ich kann Wellentimer fragen, was er von mir hält. Das wäre auch so ein Ding. Oh ja, ich weiß noch nicht. Ich mache mir auch mal ein paar komische Sachen. Ich drehe mich mit dem Raketenwerfer rum und schieße mir rum. Verstehe ich nicht. Das ist mir so hoch. Ich bin noch ein Roboter. Mit einer sexy Stimme. Ich vermass die ganzen Ladies. Ja, äh, Wellenthal. Hey. Mal sehen, was ich tun kann. Nee, nee, ich möchte... Hier drüben. Komm her. Oh, ich möchte mit dir reden, Juni. Hey, Valentine. Schieß los. Was meinst du? Wenn du weiterziehen willst, gern. Aber andererseits bin es auch nicht ich, der ab und zu schlafen muss. Was meinst du? Mit all ihren Mitteln könnte die Bruderschaft eine Menge Gutes tun. Zu dumm, dass sie stattdessen Leute wie mich vernichten wollen. Hm, okay. Ist zwischen dir und mir alles in Ordnung? Läuft alles gut, denke ich. Ich möchte den Leuten hier draußen einfach nur helfen. Du hoffentlich auch. Selbstverständlich. Das war alles. Gut, okay. Selbstverständlich möchte ich den Leuten helfen. Klar. Ach so, äh, ich muss erst... Oh Gott. Hier drücken. Das nehmen wir gerade nicht. Ich möchte, äh... Treff den Käpt'n. Yes. Käpt'n treffen. Käpt'n treffen ist... Wo? Bei dem Schiffchen. Ich war schon bei dem Schiffchen. Ja. Ich bin auch gespannt, wer der Käpt'n ist. Besonders nach Protokoll, so und so, müssten sie bitte gerne hier ankommen. Alter, und sie wieder voll... Oh. Das ist irgend so'n reiner Fuzzi? Er nicht. Warte. Das ist dann doch eher unfreundlich, wenn dir sowas gegenüber tritt, oder? Ich meine, naja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, und so. Ach. Mit langen Laufaufgebeine höre, dann sind die doch bei Schüssen aus der Hüfte. Schüsse aus der Hüfte, in Anführungsstrichen. Weniger Treff, genau. Treff, genau. Etwas ist treff, genau. Okay, ja, klar. Warum nicht? Ich sage mal, das ist schuldig, was ein Übers in das CRT. Oh, guck'n, was hier drinnen jetzt abgeht. Hallo? Kitty ist in der Hood. Kitty weiß noch nicht, wie sie in dieses lustige Schiff reinkommt. Mag mir jemand sagen, wie ich da hochkomme, vielleicht? Ich müsste bestimmt irgendwie von unten ran, ne? Schade. Ja, du darfst ausgucken. Du darfst gerne scannen. Ich möchte nur wissen, wie ich da vielleicht nach oben komme. Das ist dann doch etwas verwirrend, möchte ich mal meinen. Oh, hier vielleicht. Ah, hier. Guck mal an. Ja. Kitty hat vielleicht gefunden. Nur vielleicht. Nee, ich glaube, das wird nicht. Gibt's hier noch eine Treppe nach oben vielleicht? Oho. Man kann ja mal fragen. Ich weiß nicht, was ich für störende finde. Alter Guss jetzt. Dass ein Schiff in dem Gebäude da steckt. Oder dass noch immer ein Schiff in dem Gebäude da steckt. Ich bin einfach froh, wenn ich hier mal irgendwo reinkomme. Sonst alles. Tutti, speichern wir. Und dann gehen wir ans Schiff. Sagen. Guten Tag. Ja. Ordnungsamt. Sie dürfen hier nicht packen. Was ist denn das? Hier spricht der Käpt'n. Wir nehmen einen Soldaten auf. Räumen Sie die Kurie frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Hallo. Warnung. Wartung überfällig. Oh, das sind alles nur Roboter hier. Guck er an. Das ist ja komisch. Sie, Kanetten, wegtreten. Wegtreten, sag ich. Dieser Soldat ist unser Gast an Bord. Bitte behandeln Sie ihn entsprechend. Das ist geil. Hallo? Alles gut. Unidentifizierte Eindringling. Eindringling. Erst einmal. Hier spricht der Käpt'n. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Herr, bitte Erlaubnis zur Anwendung glücklicher Gewalt. Hey, hey. Ganz ruhig. Kann bitte nicht nachkommen. Zurück. Das ist ein Befehl. Und benutzen Sie den Akzent. Verdammt nochmal. Ei, Käpt'n. Weiche zurück. What? Von Eindringlingen säubern. Fehler. Hallo? Wer ist denn da oben? Momentan hat es gefallen, dass ich nicht zu ihm war. Und ihn nicht gesagt habe. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich weiß nicht, was ich verstörende finde. Halt du Guss jetzt, Mann. Ist auch so ein Grimmaschen. Was ist das denn? Was ist das denn? Captain Ironsides. Ich werde nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähenest soll sofort zwei Strich Backbord absuchen. Aber zackig. Ei, Käpt'n. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mat hat sie hoffentlich nicht zu hart rangenommen. Ich glaube eher, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Alles bestens. Ich bin Captain Ironsides. Kommandant der USS Constitution. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich. Traurig. Für so ein historisches Schiff. Das hier sollte ein Museum sein und keine Wetterfahne. Da sind wir einer Meinung. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, dem Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurstratten und Taugenichtse. Als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Vision angehen können. Sag mir einfach, was du brauchst. Ausgezeichnet. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten. Beeilte euch, Leute. Plünderer im Anmarsch. Soldaten, an die Kanonen. Töten nur als Ultima Ratio. Meist reichen ein paar Warnschüsse, um dieses Lumpenpakt zu verdeilen. Plünderer, Bedrohung, entdeckt. Konversation B. Weiterfeuern, Soldat. Wer ist da? 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 Wo ist da? Könnte ich das tun? Ich misslämfereiß. Achso, wir haben immer noch. Uuuh! Spur verloren. Keine Sorge, ich treffe die alle. So kring viel Spitter. Das wird bitter. Was war das? Die rennen hier unten halt rum. Was soll ich machen? Finster. Hier, Freund, so eine Raketenrücken. Das ist so finster, das ist wirklich schwitzig. Hab schön gemacht, ne? Oh, da ist noch einer. Den treffst aber noch. Was war das? Wie mutiert? Stopp. Na gut. Äh, wo ist denn hier? Mit ihm muss ich quatschen. Ahoi! Ahoi! Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflicht. Deine Roboter leisten gute Arbeit bei der Verteidigung des Schiffs. Proklamation 1. Verteidigen Sie die Constitution mit allen Mitteln. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Ich kann helfen. Wo ist der? Von menschlichen Plünderern entwendet. Beschaffen Sie Chip in Plünderer-Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar. Beiboot. Was? Ihr seid voll truff, Leute. Voll truff, ich sag's euch. Ich bin voll truff, die Leute. Aber find ich geil. Der Captain ist Roboter. Geil. Also wer war hier noch? Er, ne? Ihre Anwesenheit ist für diese bescheidene Einheit eine große Ehre. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain. Du hast wirklich Elan. Vielen Dank für das Kompliment. Aber nun zur Mission des Tages. Unsere letzte Marine-Expedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel. Madame, aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage. Du hast wirklich eine große Zeit. Du hast wirklich eine große Worte.